Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Terra Enigma. So, ich hoffe ihr seid schon ganz gespannt, denn ich hab mal hier ein bisschen rumgeforscht und weiß jetzt, wie es endlich weitergeht. So. Aha, ein Geheimball. So, noch mehr Feuer. Wow. Uh, war schon wieder geröstet. So, und du auch noch. Oh, oh, oh. So. Was sagt die Seele denn mir? Goldene Schalter. Was werden sie auslösen? Hm, gute Frage. Robin hält ein Kristall. So, überall dieses Feuer hier. Hm, was ist das? Tö, toll. Was passiert? Nichts. Na ja, gucken wir mal hier. Oh, du bist wieder da. Kleines Vieh. So. Du stirb. Hm, da muss ich halt. Uuuuuh. Weggekretscht hier. So. Hm. Da fährt es ja auch noch was. Ja. Ingo. Gut. Was meinten die also mit den Kristallen in der Stirn? Was ist das? Boi, Magier. Der Magier starrt dich böse an. Robin ist gelähmt. Wo, 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 wo. So. Keiner starrt böse als ich. So, was haben wir denn hier schön? Das ist noch ein roten Knopf. Oh, Sesam öffne dich, ne? Haben wir hier noch was Schönes? Ah, das ist so viel. Nein. Ach, ist schon wieder gelähmt hier. Oh, Mist. Ja, ich soll langsam aufpassen. Nein. Gut. Tja, man sollte mich nicht anstarten. So heißt ich, wie ich bin. Ho, ho. Gut, was haben wir denn hier? Hier so ein Fellknäuel. Lass mich in Ruhe. So. Hier ist nichts mit Schieben. Ach, schon wieder so schwuler Magier. Ich weiß nicht, ja wieder den Blick. Krasse Solle. Hm. Es muss ja irgendwas passiert sein. Puh. Ah. Ah, so ein scheiß Teil. Ach, dieses dumme Magier hier. Ja, tot. Gib mir Geld. Was haben wir denn hier? Noch ein Knopf. Wollen wir ein bisschen nachher dritten drücken? Puh. Gut. So. Nummer vier. Hä? Ah, ist was passiert. Gut. Ein Geheim-Geheim. Hm. So. Was haben wir denn hier? Irgendwas ist mit dem. Ah, toll. So. Was ist denn mit dir? Nein. Das Viecher hier. So. Und du auf. Und du auf. Und du auf. So. Machen wir das hier. Hm. Nee. Oh, lebt es auch noch. Okay. Okay. Ich muss die vielleicht gleichstellen. So. Muss ich die vielleicht gleichstellen. Okay. Ich muss doch irgendwie da reinkommen. Den noch ein Stück weiter schieben. Den zurück schieben. Geht auch nicht. Hm. Ich gehe einfach nochmal zurück. Und nochmal hoch. So. Gucken wir es mal so. Gut. Gut, gut, gut. Schon mal ein bisschen. Und den auch in die Richtung. Geht doch. Alles klar. Aha. Aha. Ich habe ihn erreicht. Hm. Wo ich das gemacht habe. Epik hätte das gedacht. Gut. Habe ich hier alles erforscht? Ja. Hallo Geist. Herzlichen Glückwunsch. Hahaha. So. Soll es sein. Tritt ein. Tritt ein in den Do. Tritt ein in den Do. Was das war's? Keine Gegner? Schöne Sache. Okay. Ich höre schon auf. So. Was haben wir denn nur gerettet? Ach, ist das toll. Wieder was gerettet hier. Ich bin so ein Held. Oh. Hm. Hm. Wow. Hah. Hm. Hm. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. 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 Ja, du sagst wie Afrika, aber es ist bestimmt Südamerika. Ja, die Inkas. Südamerika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Mhm. Ja, jetzt habe ich sogar nur den Regenwald gerettet. So, lassen wir uns ein wenig feiern. Indem ich hier so tapfer gekämpft habe. Wohlang? Nein. Nein. Ach, da ist es doch. Immer diese Umwege. So. Hallihallo. Hm, bist immer noch eingefroren. Das ist nicht schön. So, was läuft denn hier so? Na, hast du was Schönes für mich? Was bringt die denn? So, wo ist dem Holz gefertigt? Fünf. Aus zähem Leder geschneidert. Wo ist das Holz? Hier ist Leder. Ach, klar. Ich kann es mir gar nicht leisten. Okay. Kann ich hier auch verkaufen? Ja, ich möchte es ablegen. Verkaufe ich die jetzt einfach und dann müsste es gehen. Hallo. Hm, ich kann hier gar nicht verkaufen. Okay, dann lasse ich die einfach angelegt. Oh Mann. Das ist ein bisschen Geld. Gucken wir mal, ob irgendjemand hier ein bisschen Geld hat. Hallo. Sie hat immer noch eingefroren. Das finde ich nicht schön. Was gibt es, Robin? Äh, gern. Wieso, ich bin müde. Schließe deine Augen. Ich werde dich heilen. Cool. Krasse Sache. Ein Schläfchen im Bett kann dich auch heilen. Der Kristallspeer gibt dir verlorene Kräfte wieder. Willst du dich selbst heilen? So ist ein... Eine der Knollen. Ah, geh nun. Okay. Naja, irgendwann hat er mich geheilt. So. Ich müsste der Turm sein. Ach, geh mal weg hier. So. Turm Nummer drei, oder? Yeah. Ja. Kontakt. Schön, dass es automatisch aufgeht. Na toll. Okay. Hüüüü. Nein. Dummes Vieh. Äh, viel zu stark hier. Ach warte, ich gucke mich doch irgendwie mit Magie aus. Was, war das nicht so? Gucken. Äh, nein. Nein, 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 nein. Okay. Das geht also nicht. Oh, ich hab schon wieder einmal gerüstet. Ach, Mann. Das hätte schief gehen können. Gut. Ah, endlich tot hier. Ich mach ganz schön, wenn ich Schanen mit meinem Kristall springe. Wo komm ich hier irgendwie hin? Hm. Hm. Na ja, gut. Und, ehe ihr seht wie es weitergeht, Leute, Ende ich erstmal mit der Folge hier. Es war schön, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Let's Play Terranigma. Yo, ich nehm sogar noch die Güvener Pose hier ein. Aus tipos zu lassen. Also bis dahin, haut rein! предeva